Moin zusammen, meine Freunde. Ich grüße euch zum Video. Ich möchte heute mit euch über Mr. Spex und Vielmann sprechen. Ich denke, die beiden Marken werden bekannt sein. Es sind zwei Offline- und auch Online-Geschäfte, um Brillen zu kaufen, Kontaktlinsen etc. Und ich habe seit meinem 9. Lebensjahr eine Brille getragen. Beziehungsweise bis vor 2015, glaube ich, da habe ich mir tatsächlich die Augen so operieren lassen. Da wurde hier seitlich ein kleiner Schnitt gemacht und eine Linse implantiert. Jetzt komme ich auf die 40 Jahre zu und in den nächsten paar Jahren wird die garantiert mal ausgetauscht werden müssen gegen eine Linse, dass ich dann auch noch keine Lesebrille benötige. Das ist so mein nächster Plan. Aber es ist eine andere Geschichte. Wenn ich dazu mal ein ausführliches Video machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Und warum jetzt dieses Video zu Vielmann und zu Mr. Spex? Ich habe einen aktuellen Artikel gelesen hier in der Welt. Ohne Chance gegen Vielmann soll nämlich hier Mr. Spex sein. Und bei denen läuft das nämlich wirklich nicht gut. Und da kommt wieder ein Punkt bei raus, woran das unter anderem vielleicht liegen könnte, sagen böse Zungen. Und zugleich möchte ich einfach mal über Vielmann sprechen, weil ich war jahrelang und das ist keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. Ich trage ja auch keine Brille mehr, allemal eine Sonnenbrille. Nebenbei gesagt, im Urlaub habe ich meine Sonnenbrille verloren. Die schwimmt jetzt irgendwo im Mittelmeer mit den Fischen. Vielmann hat wirklich so eine gute Ladenstruktur, ein Konzept, was dahinter steckt. Da bin ich wirklich bis heute noch begeistert, weil ich war gerade vor drei Monaten im Geschäft mit meiner Freundin und habe Sonnenbrillen angeguckt. Da wurde mir das wieder bewusst, was das für ein guter Service in diesem Laden ist. Es funktioniert offensichtlich in Deutschland ja noch. Aber gehen wir erstmal hier auf den Artikel ein bisschen ein. Der aufschrebende Online-Optiker Mr. Spex hatte einst selbstbewusste Wachstumspläne. Platzhörsch-Fielmann wurde als behäbiger, analoger Konkurrent belächelt. Zu früh, wie sich jetzt offenbart, denn der alte Optiker hat einen entscheidenden Vorteil und so weiter heißt es hier. Und wenn wir uns die Seite hier von Mr. Spex angucken, das ist modern, peppig gemacht, wie man so schön sagt. 15 Jahre Optiker-Expertise hier für, na wie ist es hier, über 5 Millionen Kunden, die passende Brille gefunden und so weiter wird das hier kommuniziert. Man sieht verschiedenste Gestelle. Das ist ja so eine ganz aktuelle Form, habe ich auch im Urlaub viele jüngere Damen mit rumlaufen sehen. Irgendwie so eine ganz komische Form. Oder die Runden haben viele Männer zurzeit, habe ich das Gefühl. Ja, ich bin nicht mehr so im Brillengame drin, aber das war ich wirklich viele Jahre. Deswegen ist das auch irgendwo eine Passion. Ich habe es irgendwie gemocht, eine Brille zu tragen, aber auf der anderen Seite, ich habe es auch immer gehasst, immer genervt. Ich hatte sehr, sehr schlechte Augen. Deswegen auch diese Operation, die wirklich für mich jetzt rückwirkend nach fast 8 Jahren ein neues Lebensgefühl gebracht hat. So, und wenn wir uns dann den Artikel hier angucken, die versuchen jetzt massive Einsparungen zu machen bei Mr. Spex, weil es halt nicht so läuft. Und die sind vor 2 Jahren auch bereits an die Börse gegangen. Und der Börsenkurs ist im Keller, muss man ganz klar dazu sagen, sodass sie jetzt einsparen möchten. Und die Personalchefin, Maren Kroll, muss gehen. Und da spart man 250.000 Euro Gehalt für die Dame. Und hier wird eine Aussage über die Frau getroffen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Hier unten haben wir sie, nämlich von dem Aufsichtsratschef Peter Williams. Heißt es, Maren war eine starke Verfechterin von Vielfalt, Integration und Chancengleichheit. Ja, vielleicht sollte das eher bei der nächsten Stellenbesetzung dann jemand sein, der sich auf Umsatz und auch Gewinnmargen etc. konzentriert. Ja, es ist wieder so ein roter Faden einfach zu sehen. Interessant ist wirklich halt der Aktienkurs, wenn man sich den anguckt. Und da hört das Lachen dann ganz schnell auf bei vielen Betroffenen. Wenn man sich den anguckt, wie gesagt, die sind ja erst seit 2 Jahren da, sind hier mit ca. 25 Euro reingestartet. Und jetzt im aktuellen Bereich dümpeln sie bei 3,40 Euro. 3,40 Euro nun auch in der Aktie. Also wir sehen, dass das wirklich ein ganz, ganz großes Fiasko ist, was da über die Zeit hinweg passiert ist. Und da frage ich mich natürlich als Investor in dieser Position, möchte man da jetzt investieren? Gibt es denn da jetzt ein schlüssiges Konzept, wie man vorgehen möchte? Sie haben ja eine parallele Expansion gemacht, auch im Ausland, in Schweden, in, wo war es noch, in Österreich und noch in Großbritannien, glaube ich, war es auch noch. Genau, offensichtlich hat es nicht funktioniert, denn man konnte den Umsatz jetzt hier in dem Verhältnis zu Fielmann nicht exorbitant jetzt irgendwie annähern oder ähnliches. Und hier immer noch rote Zahlen auch beim Vorsteuerergebnis. Ganz, ganz negativ zu betrachten, muss man wirklich sagen. Und wenn man das Ganze jetzt mit Fielmann nochmal vergleicht, so sieht der Auftritt jetzt hier im Internet bei denen aus. Zack, ja, es ist ja Mode. Eine Brille ist ja auch für viele Leute nicht nur funktional, sondern eben auch Mode. Wie viele Leute kenne ich, die tragen eine Brille freiwillig mit Fensterglas drin? Würde ich im Leben nicht machen, ne. Aber gut, wem das gefällt, ne, jeder Jäcke ist anders, sagen wir hier in Köln, kann man gerne machen. Okay, und offensichtlich funktioniert das ja. Wurde ja auch angenommen, also die Auswahl ist auch schier unendlich. Und zu Fielmann speziell nochmal zurück, für mich war Fielmann wirklich immer der beste Optiker. Klar, es gibt natürlich auch original kleine Einzeloptiker, die vor Ort sind, wo man dann auch abends kein Problem hat, wenn kurz vor Feierabend oder kurz nach Feierabend nochmal schnell klingelt. Der wohnt vielleicht da drüber, bei unserem Dorf gibt es sowas und dann hilft er dir, wenn da irgendwas an der Brille kaputt ist oder sonst was. So what, kein Problem. Okay, aber im Bereich der Ketten war Fielmann für mich immer der beste. Warum? Weil sie auch der günstigste waren. Das wissen viele gar nicht, aber die werben damit so bedingt offiziell. Wir sehen es hier einmal auf der Webseite. Bei Fielmann kaufen sie garantiert günstig, heißt das. Und dann ist es nämlich so, wenn du eine Brille kaufst, also auch perfekt für dich angefertigt, mit Gläsern, allem drum und dran, dann hast du die Option 1, du kannst diese Brille innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf, wenn du sie anders irgendwo günstiger gesehen hast, zurücknehmen, bekommst 100% das volle Geld zurück oder aber, und das kennt kaum jemand, wenn du das gesehen hast, bekommst du nicht den Kaufpreis zurück, sondern die halten mit dem Preis mit und, und das kommunizieren sie hier offensichtlich noch nicht mal, das habe ich noch nirgendwo offiziell gesehen, denn sie gehen sogar noch 10% unter den Listenpreis, also unter den Preis, den du vorlegst. Und das gilt auch auf Internetpreise. Also so viel zum Thema, die sind nur analog unterwegs, man braucht es ja offensichtlich gar nicht. Also nochmal als Beispiel, dass siehst zum Beispiel eine Brille, eine Ray-Ban, eine schöne Sonnenbrille, 100 Euro, die bei mir über die Wupper, nee, übers Mittelmeer, über die Reling ins Mittelmeer geflogen ist, 100 Euro, siehst du online und die kostet bei Fielmann, sag ich jetzt mal, 120 Euro. Dann suchst du die raus, muss natürlich ganz genau das Modell sein, die Farbe muss sie auch haben, die Gläser müssen die gleichen sein und dann zeigst du das an der Kasse vor und sagst, ja, sie sind ja immer der Günstigste, ich möchte den günstigeren Preis. So, und dann steht da 100 Euro und dann sagen die, okay, 100 Euro minus 10% und das bezahlst du. Und das wird ohne Wenn und Aber gemacht. Und auch die Leute, die dort rumlaufen, die sind top geschult, top ausgebildet, der Service wird so groß geschrieben, du gehst zu Fielmann rein, egal ob du die Brille dort gekauft hast oder nicht, hier zum Beispiel so ein Nasenpad mal abgebrochen vor Jahren, gehst mit der Brille da rein, die tauschen dir das aus, machen das Neue, sehen, dass das andere schon ein bisschen gelb angelaufen ist, Brillenträger werden die Situation kennen, dann nehmen die hin und tauschen das von sich aus aus, putzen die Brille nochmal ordentlich im Ultraschallbad, die wird nochmal kostenfrei gerichtet und das war's. Und je nachdem, in welcher Filiale du bist, manchmal hält dir sogar noch ein Mitarbeiter die Türe auf. Also ich kann nur Positives über diesen Laden sagen. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, ob und was ihr Erfahrungen gesammelt habt mit Optikern im Allgemeinen und speziell mit Fielmann. Vielleicht sagt ihr auch, nee, gar nicht gute Erfahrungen oder ähnliches. Weil klar, die hatten so in meiner Jugend eigentlich auch noch so ein schlechteres Image, erinnere ich mich gerade daran zurück. Da hieß es ja immer, Brille auf Rezept. Und das habe ich bis heute nie richtig durchblickt, was das eigentlich war. Man konnte sich irgendwie wohl vom Arzt eine Brille verschreiben lassen und hätte die dann wohl vom Rezept, also vom Krankenkasse bezahlt bekommen. Aber dann war es so, da gab es dann kostenfreie Modelle, die da drunter gelaufen sind und andere haben dann gekostet. Und dann hieß es immer, ja, das ist ja Abzock und alles. War ich nicht so, da war ich zu der Jugendzeit, weil es natürlich auch nicht in meiner Reichweite war, immer beim örtlichen Optiker. Habe da, ja, durchwachsene Erfahrungen gemacht, muss man wirklich ganz klar dazu sagen. Habe nie einen festen gehabt und nebenbei gesagt, ich habe mein Praktikum auch beim Optiker gemacht. Also ich war immer Optik interessiert. Ja, nur so viel. Ja, dementsprechend, schreibt mal eure Meinungen rein. Jetzt haben wir ein bisschen über Brillen gequatscht. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und haut rein. Bis zum nächsten und ciao. Ciao!